So, herzlich willkommen zurück zu die Schlümpfe. Wir haben es geschafft, zwei Level zu schaffen. Und da bin ich echt erstaunt. So. Hier kenne ich den Weg jetzt nicht, wie ich da zu laufen hätte. Aua. Okay. Komm her. Zack. Puh. Verfeilen mich die Fische überhaupt? Ja, der verfolgt mich. Ach, das kann ich nicht nehmen? Bitte meinen. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Muss ich da unbedingt alle... hier... kaputt machen? Na, ich lass die mal liegen. Ja, den Stern hab' ich. Ich war zu hektisch. Ja, den muss ich auf jeden Fall kaputt machen. Wahrscheinlich muss ich hier rein, ja. Ja, da fehlt mir ein Hebel. Ich bin zu schnell! Wie jedes Mal! Na gut, dann muss ich wohl den Hebel finden. Dann checke ich wohl, was hier los ist. Ja, den brauch' ich. Ich... zack! Ich... Mäh! Scheiß Fledermaus! MAAAN! Scheiße! Scheiße! Zack! 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 Zack, zack, und da rein. Da müsste ich hier weiterkommen, genau. Okay. Scheinbar geht es hier auch noch weiter. Wow! Zack. Zack. Okay, hier komme ich nicht weiter. Aber ich sterbe jetzt eh. Zack. Aber hier ist was. Mit sich doch genau. Aber ich komme hier nicht hoch. Nein! Oh! Pups! Oh, wenigstens ein Herz. Ich hoffe, dass sich da jetzt was geöffnet hat. Wow, 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 wow! Nichts. Hm. Wo komme ich jetzt noch weiter? Was würde es nützen, wenn ich wieder zurückgehe? Nein! Mann, ey! So, Loch zum Fallen, wo bist du? Mach ich jetzt mit Absicht. Okay. Die Grotte. Heute. Aber ich werde zum Schluss natürlich trotzdem Safestate reinmachen, damit ich das Passwort nicht mal eingeben muss. Voraus der Sätze schafft das Level noch irgendwie. Heute. So. Nein, hau ab! Hau ab! So. 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 ufenklar. So. 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 I. I. Weisere Te coolsn So. So. Ach, da komme ich wieder zurück. Ist das blöd. Gut, dann sammeln wir den Stern hier auf. Okay. Nein, 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 nein. Herz. Nein. Ja, der kommt nach links. Ich wusste es. Da ist ein Hebel. Und wie komme ich jetzt da oben hin? Aber hier komme ich doch nicht weiter. Und da komme ich auch nicht hoch. Und da war ich schon. Und weiter geht es auch nicht. Aber ich muss zu diesem Hebel da oben. Dreh doch mal noch auf. Ah. Komm. Komm, Herr Dessau. Danke. Weg mit der Fledermaus. Gut. Es geht noch weiter. Und hier. Und hier. Ah, gut. Oh! Geschafft? Ne, es geht noch weiter. Tropft er jetzt ernsthaft Öl? Ups! Ich wollte erst mal das haben... Ja! Es tötet mich! Es tötet mich! Aber ich komm nicht weiter. Aber hier oben geht's lang! Nee, das sind Steine, die da runterkommen! Alles klar! Was? Ist doch lächerlich! Nein, ich muss hier oben durch! Wieso bist du jetzt nicht gesprungen? Aber ich kann's nicht mehr schaffen! Boah, mein Gott! Das kann man ja überhaupt nicht sehen! Und wieso sprichst du hier jetzt nicht?! Mann! So, zack! Und nach oben! Hmph! Ich seh nix! Zack! Na, da kommt doch noch was runter, oder nicht? Ich seh nix! Ich seh nix! Boah! Oh Gott! Oh Gott! Ja! Yes! Oh! Oh mein Gott! Jetzt kann ich wieder einen Safe-Sick laden, ey! Das gebürtel! Das gebürtel! Okay! Guck mal, Hasen! Aber ich glaube nicht, dass man die kaputt machen kann! Deswegen versuche ich das nicht! So! Vorsicht! Hoppelhase! Vorsicht! Wahrscheinlich geht's hier oben weiter! So! Und jetzt participate! Das stimmt. Okay, das ist nicht einfach! Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh! Okay, cool. Hier kommt wieder so ein Hoppelhase. Okay, der springt. Ach doch, die kann ich doch killen. Hallo? Huch! Nochmal. Es war nicht schlecht für den ersten Versuch. Zack! Ach, die kann ich auch töten. Sag das doch! Zack! Dann töten wir sie eben alle! Muii! Keine Fehler machen. Keine Fehler machen. Tschüss! Da gibt's bestimmt wieder so Goodies. Nee. Haben wir nen Scheiter. Also langsam staut die Wut wieder auf. Merk ich gerade. Boah, springt auf diesen Scheiß-Fee drauf. Wieso respawnst du jetzt? Bist du bescheuert? Wut! 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 Sack! Nein! Ne, 야! Bist du? Bist du? Bist du? Bist du? Ja! Bist du? Fynn zack. Bist du? ZACK! Vielleicht kann ich doch da runter... Nee, kann ich nicht. Okay, da ist ein Hase. Wahrscheinlich muss ich hier runter, oder? Nein! So. Wahrscheinlich muss ich da runter. Denn da hochkomme ich nicht mehr. Ich bin eh kaputt. Nochmal kurz konzentrieren hier. Scheiße. Mann! Mann! Affe, ey! Mann, ey! Warum könnt ihr immer so viel Scheiße machen, ey? Ich wollte schon sagen, warum springt der nicht? Mann! Mann! Jetzt konzentriere ich mich mal wieder an dich! In so einer Scheiße! Zack! 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 Ich bin doch da drauf gekommen, wieso bescheißt du mich wieder? Mann, ey. Man wird ja echt nur verarscht von dem Spiel.